Hi, ich bin Klaus von Sanofi. Wir bieten Lösungen für Menschen mit seltenen Erkrankungen an. Und auch am Tag der seltenen Erkrankungen zeigen wir unser Engagement. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass wir an der Aktion WIDU beteiligt sind. WIDU ist besonders in seiner Dimension, seinem Zusammenhalt und seinem Mut. Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sich so viele Akteure aus dem Gesundheitswesen gemeinsam für die seltenen Erkrankungen engagieren. Aber noch viel mehr liebe ich die Aktion dafür, dass sich junge Menschen, die selber von Erkrankungen betroffen sind, dafür einsetzen, die Aktion konzipiert haben und jetzt Teil des Ganzen sind. Wir hoffen, dass die Aktion groß wird und von vielen, vielen Menschen gesehen wird. Wir sind WIDU. Hallo, ich bin Karin von Sanofi und ich finde es total super, dass wir die Aktion WIDU unterstützen in diesem Jahr. Was ich aber noch viel toller finde, ist, dass ihr als Patientinnen und als Patienten euch traut, eure Erkrankung in den Mittelpunkt zu stellen, darüber zu reden, wie ihr damit lebt und einfach uns zu zeigen, dass ihr seid wie du, wie ihr. Ich freue mich sehr und wünsche euch total viel Erfolg und viel Spaß mit der Aktion.